Ah, dreht auf Anhieb, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, meine lieben Freunde, es geht weiter mit Mario Kart DS. Letzte Mal lief es ja nicht so gut, wie wir wissen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah, wo wäre das Ding hin? Hä? Hä? Gut, oh man, oh god, oh god, oh god, Glückwunsch? Okay, geschafft. Zwei Sterne, wie hätte ich denn da drei machen können? Alle 15 Coins. Oh Gott. Junge, was? Wow. Oha, ich darf nicht mal die Brücken benutzen. Fies. Oh Gott. 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 Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. äh Was wird? Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh Gott, was ist das denn? Okay, es war zeitlich schon gar nichts mehr. Holy Crap, ich dachte ich kriege Pilze oder was auch immer, aber nein ich kriege Panzer. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, was ist das denn? Alter Schwede! Verkackt! Oh, das ist aber auch ekelhaft! Oh Gott! Als ob! Oh Mann! Ich kriege es eigentlich nicht gebacken gerade. Oh Gott! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Triff nicht mal. Boah, das ist so fies. Jesus Christ. Das ist doch nicht wahr, ich treffe einfach nicht. Oh Gott, das fängt ja schon gut an mit diesem Scheiß. Blöden Montys. Die haben keinen Dodge-Mod. Ja, komm gefälligst raus, Mann! Ey, wann soll ich denn schießen, bitte? Was ist das denn? Wann soll ich denn bitte schießen? Ja, so definitiv nicht. Wow, das ist ja so wichtig. Es ist nicht zu fassen, ich treffe einfach nicht. Ich spreche gleich den Kontroll auseinander, ey. Ich treffe diese Scheiße einfach nicht. Es ist so ekelhaft. Das ist doch nicht wahr. Ich werde getrollt. Ich werde so hart getrollt hier in diesem Game. Mann. Das ist doch nicht wahr. Warum? Scheiß Monty's. Ich hasse euch Monty's. Nein, warum? Ich hasse diese Monty's. Das ist doch nicht wahr. 30 Sekunden und nur noch 3 Stück? Das ist mit Nix. Es ist viel zu hart. Das ist ein Turkish. Herzglange. Ich bin der Glitch. Ich war der nicht. Das ist einvania Mensch. Wir werden jetzt alem eats. Wir fahren die Feindlich. Ich bin der andere Gedir. Wir Max hast dich in Kauf. Die tweede Trämpfe ist.. Ich bin der eh Official. hey nate oh man was für ein maulwurfs scheiße geil oh man jetzt habe ich schon wieder vergessen stream avatars zu aktivieren oh gott oh come on schlecht aber richtig schlecht das geht definitiv besser oh gott sonst habt ihr nicht mehr alle tassen im schrank ne ah nein natürlich muss ich da raus für eine coin so krass fies boah ist das fies so 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 robotics ist ja w wir wir uns w Oh, Mann. Hä? Wohin? Ich habe den letzten nicht gesehen. Und ihr? Ich habe eine Münze nicht gesehen. Oh, hier. Ach, du Scheiße. Ja, sonst haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank hier. Die machen aber auch wirklich Sachen. Hm. Oh, verja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Items. Hä, wie funktioniert denn das nochmal? Ich selber habe keine Items. Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Items. Ich habe keine Items. Hä, was muss ich denn tun? Das ergibt keinen Sinn. Ich habe keine Items. 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 Das ist so schrecklich. Mein Gott, ey. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich könnte kotzen. Was ist das denn? Das war unfair. Das war richtig unfair gerade. Nein. Ich hasse es gerade. Ich darf nicht gegen ihn kommen, verdammte Axt. Und schleudert er mich zurück. Was ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist genau dasselbe Prinzip wie beim Snaken. Das kann ich einfach nicht. Er sieht es doch. Jesus Christ! Jesus Christ! Vor allem das ist rückwärts. Na? Oh. Oh. Oh man. Wie kann das nur so schief laufen? 20 Krabben besiegen. Was dumme ist, die Krabben halten nicht still. Oh man. Oh ha. Oh ich treffe einfach nicht. Es ist so scheiße schwer hier. Ja. Alter. 12 Sekunden. Dann C. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Hä? Was denn? Grieche finnich bevor der Redcar. Ah. Alter, 7 numbered gates. Oh, Mann. Hä? Warum denn? Wieso macht der denn so einen Scheiß? Ihr dürft ja total nach außen. Oh, Mann. Das war jetzt nicht schwer. Oh, Mann. Ah, das waren Fake-Items. Oha. Wie fies. Come on. Was mache ich denn da mit einem Fake-Start? Man muss den richtigen erkennen. Oh, Mann. Okay, das ist weird. Echt weird. Tore? Oh, ich seh nicht mal welche. Sind nicht mal nummeriert. A-Rang. Jesus Christ. Vier Slides in einer Runde? Ne. Neun. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gottes Willen. Luigi. Ey, Junge. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, das ist ja mal mega fies. UiG, Mann! Geh das, uh... Oh Mann, ich hasse Pfützen. Oh Mann, ich hasse Pfützen. Oh Gott. Ey, Luigi ist so scheiße. Scheiße, da ist gleich das Ziel. Warum will das nicht klappen? Oh Mann. 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 Oh man. Nee, also ich verstehe manche Sachen überhaupt nicht hier. 50 müssen, wären 4. Buh-hubes. Was ist das? Wie denn? Wieso? Wieso? Ich check den Posten nicht ganz. 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 Ich check den Posten nicht. Ich check den Posten nicht ganz. 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 Sollte jetzt funktionieren. Hoffentlich. Ich check den Posten nicht ganz. Ich check den Posten nicht mehr vom Fleck. Okay. Oh, das ist ja sau schwer rückwärts. Ich check den Posten nicht. Ich check den Posten nicht ganz. 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 Die letzte Münze. Die letzte Münze. Die letzte Münze. Keine Glanzleistung ey. Die Missionen machen mich gerade ein bisschen fertig. Jesus Christ. Und ich darf die später noch auf 3 Sterne schaffen. 3 Sterne ist wirklich das härteste was es in Mario Kart DS gibt. Ja. Das spielt auf 3 Sterne, oh man, man, man. Was soll das denn? Oh mein Gott, also für Minecraft DS und 3 Sterne, da muss man wirklich schon fahren wie ein Profi. Um es deutlich zu machen. Ohne Witz, wenn man nicht fährt wie ein Profi hier, dann kann man das gleich vergessen. Wie bin ich jetzt an dem letzten vorbei? Wie bin ich jetzt an dem letzten vorbei geflogen bitte? Danke für den Bitt Kaki. Oh mein. Oh nein. Oh, wieder versaut. Immer denselben Fehler am Anfang. Oh mein Gott. 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 Boah, wie fies! Warum nimmst du die Münze nicht mit? Ich habe die falsche Coin mitgenommen beim Sprung. Kranke Schose! So, das sind die ersten 6. Ich sehe schon, ich werde nicht vorankommen. Ich werde nicht vorankommen. In diesem Game. Heiliges Sackfleisch. Ich ziehe doch nicht so weit nach links. Sag mal! Ist das wirklich so scheiße so rutschig? Oh man, 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 man. Yoshi! Ich mag dich als Mario Kart Charakter, aber muss das sein, dass du jedes scheiß Ding verpasst? Sprengen verdammt gerade! He, eine Banane. Als ob. Es ist halt der Rand, dummerweise. Geht doch! Ein Stern, aber wir müssen das später wirklich mit 3 Stern schaffen. Oh mein Gott! Vor allem die Zeit wird immer beschissener. 45 Sekunden ist nicht wirklich geil. Ich darf auch nicht so oft getroffen werden. Oder stecken bleiben. Alter, das dumme ist, wir haben noch 2. Ok, Mario ist schon etwas hartnäcker. Geht doch, Geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020 Boss time 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Level 5, abgeschlossen. Nummer 6. Was haben wir denn da? Oh Gott, rückwärts über diesen Balken. Hilfe! Boah, Alter, ich muss erst mal wissen, wo ich denn ich lenke, ey. Ich kann das rückwärts irgendwie gar nicht. Oh, Gottes Willen, rückwärts, oh Gott. Vorwärts, ja, aber rückwärts, Alter. Ja, runterfallen ist nicht. Junge, junge Bowser, du bist zu fett für die Strecke. Junge, warum machst du denn nicht, was ich dir sage? Wie sollst du das leiden? Und wer? Ey, komm! Boah, scheiße! Nein, so knapp! Also ich wusste vorher echt nicht, worauf ich mich hier einlasse. Alter! Alter! Oh Mann! Schade. Hätte gut klappen können, aber hat es leider nicht. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ach komm! Was sollte das denn? Die sind gar nicht mehr aufgetaucht. Oh Mann! 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 Oh, ich treffe halt nicht. Oh, ich treffe halt nicht. Oh, ich treffe halt nicht. Echt jetzt? Oh, Yoshi. Oh, Herrgott nochmal. Warum müssen mich manche Charaktere so triggern? Oh, ich treffe halt nicht. 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 Oh, meine Fresse. Oh, ich treffe halt nicht. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse, ich krieg die Fresse. Oh, ich treffe halt nicht. 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 Oh meine Fresse Wo ist die letzte? Boah, meine Güte, die AC Rang, zu lange gebraucht. Oh fuck. Aha, okay, wie soll ich das wissen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich brauche da die Pilze. Super. Autsch. Oh Gott. 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 Das ist so ekelhaft platziert. Ich bekomme diesen vermaladeiten eigenen Block hier nicht. ja klar wie fies ist das denn ich mich doch mal was ist das komische mission lol was ist das denn was ist da gerade passiert gott 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 gett gett gott gott das ist eine katastrophal warum funktioniert das meistens nicht das durften oh man hilfe Das klappt manchmal nicht. Das klappt manchmal nicht. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 5 Sekunden nur noch, schau ich. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 1 Sekunde C-Rang. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 6 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 4 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 6 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 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 7 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. 5 Sekunden nur noch, schau ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Leck mich! Warum ist das so mies? Dammit! Warum? Viel zu früh! Meine Güte, du scheiß Monty, bleib doch mal nicht im Weg hier! Ja! 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 Ja, das ist brav Peach! Ja, genau so will ich das sehen! Ah! Sehr cool! Natürlich mussten sie noch eine Blockade dahin bauen! Der Eisbully! Na los! Ja! 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 Das war erst eine Runde? Wow! Der ist drüber gesprungen! Ja! 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 Der springt einfach drüber! What? Warum springt der drüber? Ah, dieser Asshole! Okay, das war scheiße. Das war wirklich scheiße. Oh man, 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 man. what is this game? Warum tue ich das? Scheiße. Er springt extra drüber. Das wird so asozial von dem. Er ist zwar stärker als der andere Bulli, aber trotzdem sollte ich den packen können. Oh, das ist das. Oh, das ist das. hoooohlyss dreimal das einzige Scheiß? Das war's. Chief, Chili, verflixt noch mal. Alter Schwede. Oh, super Credits. Äh, Ton, fängst du dich mal bitte wieder? Ja. Äh, Ton, fängst du dich mal. Oh, weia. Also ich sag's mal so. MarioCutDS wird uns auf den Keks noch gehen. Zu Genüge. Wir haben gleich zwei Stunden, vier Achievements. Also... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Echt mager. Ich find's nur ekelhaft. Richtig ekelhaft die Zohlen. Eieieiei. Ich dachte ich krieg die mit nem Klacks, aber... Das ist ja wirklich der Hardcore-Shirt hier. Ich brauch ne Pause. 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 Ich brauch ne Pause.